Jo, Freunde Zeros hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es die Gewinnspiel-Auflösung von dem Shiny Ditto Giveaway, ja? Denn heute haben 5 Leute das Shiny Ditto gewonnen. Bevor ich aber zu den 5 Gewinnern komme, ganz wichtig, Leute, im gestrigen Video habe ich das schon angesprochen, dass es morgen Abend einen Stream gibt, ja, wo Logi und ich streamen werden und noch ein paar Dittos verteilen. Zusätzlich werden wir auch noch Zuschauer-Battles machen. Das heißt, wenn ihr heute unter den 5 Gewinnern nicht dabei seid, ja, es werden wahrscheinlich viele nicht dabei sein, es sind ja nur 5 Gewinner, dann habt ihr morgen Abend nochmal die Chance, ein Ditto zu gewinnen. Dort werden wir mehr als nur 5 verlosen, die genaue Anzahl werdet ihr dann morgen sehen, wie viel wir da verlosen. Auf jeden Fall habt ihr dann morgen nochmal die Chance, ein Ditto zu gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, komme ich zu den 5 Gewinnern. Der erste Gewinner ist der gute Todara X, der zweite ist der oder die Ninja, der dritte ist der gute Brian Schüller, der vierte oder die vierte Marvel Heroes und der letzte Gewinner ist der gute Rochi Rockstar, ja? Ja, herzlichen Glückwunsch an euch 5, ihr habt das Shiny Ditto gewonnen. Ihr könnt jetzt den guten Logi auf Twitter schreiben oder auf einem Discord-Server kommen, denn dort ist Logi auch vertreten, beides verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr weder Twitter noch Discord habt, obwohl das kostenlos ist, deswegen macht es euch auf jeden Fall, könnt ihr natürlich auch hier unter dem Video in die Kommentare euren Freundescode von der Switch schicken und beziehungsweise schreiben und Logi wird euch dann so schnell wie möglich antworten, ja? Ja, wie gesagt, Glückwunsch an euch 5, ihr habt das Shiny Ditto gewonnen und wie gesagt, wenn ihr nicht unter den Gewinnern dabei wart, ja, dann schaut morgen Abend vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn da sehr, sehr viele am Start sein wären, denn da werden wir, wie gesagt, nochmal ein paar Dittos verteilen und ja, Wifi-Battles gegen euch, man. Deswegen, Leute, haut rein, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ja? Haut rein, Leute, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.